Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Hertha BSC News und zwar werde ich heute einmal auf die neuesten Neuigkeiten rund um Hertha BSC eingehen. Dabei gehe ich möglicherweise auf Vertragsverlängerungen und auf eine kleine Debatte zwischen Luka Tussar und Dodi-Duke-Bakium. Außerdem werde ich auch nochmal des Weiteren auf die Verletzungssituation bei Hertha BSC schauen und ich würde sagen, bevor ich damit beginne, möchte ich ganz kurz einfach sagen, abonniert ganz gerne den Kanal, wie ihr hier seht, gibt es immer noch sehr viele Zuschauer, die zwar täglich meine Videos schon ab und noch nicht abonniert haben, das heißt, abonniert ganz gerne den Kanal, sollten euch meine Videos gefallen. Und solltet euch dieses Video heute gefallen, dann würde mich auch ein Like am Ende des Videos freuen. Ich würde sagen, klappern wir gar nicht mehr so lange rum, sondern fangen direkt an mit einer neuen, ja ich sage mal ein paar Neuigkeiten rund um die Verletzungslage bei Hertha BSC für das anstehende Derby gegen Union Berlin an der alten Försterei. Stefan Jovetic kann möglicherweise wieder zurück ins Mannschaftstraining klären, denn sein letzter Corona-Test war negativ, somit reist er morgens zurück nach Berlin und kann dann dort wieder das Mannschaftstraining antreten, aber ob er bereit dafür ist, denn er hat natürlich jetzt wenig mit der Mannschaft trainiert in der letzten Woche und war außerdem in Quarantäne, somit hat er sehr wenig Mannschaftstraining betrieben. Ob er denn bereit ist für das Derby, das legt ein paar Darle fest. Meiner Meinung nach wäre er aber für die Unterstützung sehr, 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 sehr wichtig. Und ja, meiner Meinung nach bräuchten wir ihn unbedingt für das Derby. Er hat vor allem im letzten Spiel gezeigt und auch teilweise auch bei der montrenerischen Nationalmannschaft, dass er momentan sehr gut in Form ist und momentan uns auch helfen kann. Darüber hinaus ist leider immer noch Wladimir Darida verletzt. Wladimir Darida fehlt wahrscheinlich auch noch für die komplette nächste Woche und könnte dann möglicherweise auch noch für das nächste Spiel ausfallen. Darüber hinaus fehlt auch noch Lukas Klünter und Lukas Klünter fehlt uns leider auch schon seit dem Spiel gegen Bochum, obwohl er da relativ gut gespielt hat und ja, so viel dazu. Kommen wir jetzt mal zum nächsten Thema und zwar um Marvin Plattenhardt. Marvin Plattenhardt ist zurück. Im Mannschaftstraining ist ja die letzten Spiele ausgefallen, hat aber jetzt zuletzt eine gute Leistung gezeigt und tatsächlich ist Plattenhardt auch, momentan ist ja sein Vertrag im Auslaufen, das heißt er könnte bald Hertha BSC ablösefrei verlassen, aber Plattenhardt spricht zuversichtlich über mögliche Verlängerungen und er selber sagt auch, dass er sich vorstellen könnte, nach Hertha BSC seine Karriere hier in dieser Stadt zu bänden, denn Hertha BSC, ähnlich wie Niklas Starkes bereits behauptet hat, ist eine sehr gute Alternative für die komplette Karriere und momentan spielt er bei uns auch wieder Stamm und ist auf der linken Verteidigerposition sehr gut und ich würde es begrüßen, wenn wir mit Marvin Plattenhardt eine konstante Stütze bei uns hätten. Marvin Plattenhardt auch mittlerweile schon seit mehreren Saisons unser linker Innenverteidiger, unser linker Verteidiger ist seit der Saison 2014, 2015 vom 1. FC Nürnberg gekommen und ja, man muss es halt einfach so sagen, er hat sich hier momentan gut eingefunden wieder in dieser Saison, war jetzt in den letzten zwei Saisons ein bisschen am Pendeln, was die Leistung an der anderen geht, aber vor allem in der Saison, wo wir die Europa League mit Pardada gewonnen haben, da war Marvin Plattenhardt einer der wichtigsten Stütze in unserem Team und ich würde es begrüßen, wenn wir Marvin Plattenhardt vielleicht noch nur als Backup-Linksverteidiger hinter zum Beispiel einem Björkern oder hinter einem konstanten Mittelstädt behalten könnten. Marvin Plattenhardt tut der Mannschaftsgefüge gut und ja, aber was halt das Problem bei Marvin Plattenhardt, das ist ja absolut inkonstant, eine Flanke ist zuckerweich und kommt bei jedem Stürmer und sogar Piontech an und die anderen vier weiteren Flanken landen allem aus, also irgendwie muss Plattenhardt wieder eine gewisse Konstanz in seinen Leistungen finden und unter seinem Förderer Pardada ist die Stütze durchaus möglich, denn Pardada behauptet selber aus, aus Marvin Plattenhardt werde ich wieder einen guten Linksverteidiger machen und momentan sieht es auch so aus, hat bereits jetzt acht Spiele und davon natürlich auch viele Stammspiele bestritten in der Startelf und ja, zeigt in der linken Kombination auf der linken Seite in Kombination mit Maximilian Mitstädt herausragende Leistungen. So, dann möchte ich nochmal auf eine kleine Debatte innerhalb der Hertha BSC-Fan-Community eingehen und zwar geht es nochmal um Ludolykebaki und Luka Dussar. Wir haben beide Spieler nämlich eingekauft für insgesamt mehr als 45 Millionen Euro, plus minus ein paar Millionen Euro natürlich und es gibt momentan die Debatte, ob diese Transfers möglicherweise eher Geldverschwendung waren oder uns wirklich geholfen haben könnten und dazu möchte ich mich noch einmal ganz kurz äußern und schalten auch ganz gerne einmal eure Meinung zu, den beiden Transfers einmal für Luka Dussar 2019 verpflichtet, beziehungsweise 2020 im Januar verpflichtet für 25 Millionen Euro von Olympique Lyon und dann haben wir Ludolykebaki im Sommer davon verpflichtet für 20 Millionen Euro momentan ausgeliehen an Wolfsburg und es gibt momentan die Debatte, ja, inwiefern diese Transfers für uns nicht sehr förderlich waren. Meiner Meinung nach kann ich nur sagen zu Ludolykebaki, ich würde es gerne einmal ein bisschen differenzieren, Ludolykebaki zeigt momentan miserabe Leistungen bei Wolfsburg und dort werden seine Schwächen, die er auch selber immer als Schwächen angibt, wieder sichtbar. Er verteidigt nicht mitten in die Defensive, er wird sowohl auch von Florian Kohfeldt als auch schon von Marc van Bobbe deutlich kritisiert, deutlich kritisierende Worte und in elf Bundesliga-Einsätzen für Wolfsburg hat er zwei Score-Punkte, das ist ja, es ist fast so schlecht, also es ist ja noch schlechter, als er bei uns abgeliefert hat. Auch in der Champs-League zeigt er keine überragenden Leistungen und seine Flügelspieler-Leistungen wehren, so muss man das einfach beurteilen, immer, immer schlechter. Man muss das sagen, bei Düsseldorf war er damals furios, hat dort, glaube ich, mehr als neun Tore geschossen, hat sogar ein Dreierpack gegen die Bayern geschossen. Bei uns in der ersten Saison hat er zwölf Score-Punkte erzielt, sechs Tore, sechs Vorlagen. In der zweiten Saison bei uns waren es dann immerhin noch zehn Score-Punkte und jetzt sieht es alles danach aus, dass er vielleicht ein Glück hat, am Ende genauso viele Tore zu haben wie Davy Selke. Also irgendwie kommt er momentan weder in die Form, er ist absolut unzufrieden, er hat sich auch in einem Kicker-Interview dazu geäußert, ja, ich möchte Hertha BSC verlassen und ja, eigentlich nach der Laie möchte ich auch nicht zurückkehren. Zumindest hat er gesagt, das werden wir dann sehen und das ist meistens ein Symbol dafür, dass ein fester Abgang möglich ist. Natürlich sage ich das nicht, Luli Lückebacke könnte jetzt genau noch von den Leistungen explodieren in Wolfsburg unter vielleicht einer besseren Taktik unter Florian Kofett und könnte dann nochmal gute Leistungen zeigen. So sieht es momentan nicht aus und meiner Meinung nach, sollten wir Lückebacke, solange es noch möglich ist, für vielleicht einen geringen zweistelligen Millionenbetrag verkaufen können, so dass wir nicht noch mehr Minus machen, als wir ohnehin schon machen. Ähnliches würde ich tatsächlich auch bei Lücke Dussard sagen, wobei man bei Dussard noch sagen muss, dass Dussard ein defensiver Mittelfeldspieler ist und normalerweise seinen Leistungsabfall auf dieser Position nicht so schwer zu erkennen ist. Man muss sagen, Lücke Dussard hat bei Olympique Lyon gute Leistungen gezeigt, war lange Zeit auf dem Weg in die A-Nationalmannschaft aufzusteigen, das schafft er nicht. Lücke Dussard äußert sich in meinem Interview darüber, dass er wahrscheinlich bei Olympique Lyon, als er dort gespielt hat, näher an der A-Nationalmannschaft waren als bei uns. Er aber trotzdem zufrieden ist bei Hertha BSC und zusätzlich sagt Lücke Dussard auch noch, dass er gespannt ist auf die kommende Entwicklung und diese tatenkräftig unterstützen möchte. Das heißt, der Wille, der bei Duel Lückebacke nicht da ist, ist bei Lücke Dussard da und Lücke Dussard macht es auf seiner Position, könnte er theoretisch vom Potenzial einer der Besten sein. Bereits jetzt schon in der Bundesliga hat man wahlweise in verschiedenen Spielen seine Leistungen gesehen. Ich nehme ganz gerne als Beispiel das Spiel gegen Bayer Leverkusen und zwar letzte Saison, das 13-0. Dort hat er eine furiose Leistung absolviert und eigentlich heute auch das Spiel in dieser Saison gegen Preußen Münster war sehr gut, sehr präsent. Er hat normalerweise einen sehr präsenten Spielaufbau, sehr präsente Zweikämpfe und kann momentan eigentlich auch richtig, richtig gute Leistungen zeigen. Aber das Ding ist, Lücke Dussard kommt momentan einfach nicht in Form und seine Leistung, sein Marktwert, der fällt immer und immer, immer weiter ab und man geht tatsächlich die Gefahr ein, möglicherweise ein komplettes Minusgeschäft damit gemacht zu haben. Denn momentan ist der Leistungsabfall bei Lücke Dussard unverhintbar. Man muss darüber hinaus auch noch sagen, dass wir auf dieser Position, was einen aggressiven Sechser, einen beißerischen Zweikämpfer auch noch Santiago Azcaciba haben und die beide in einem absoluten Zweikampf stehen und zusammen werden sie selten spielen. Das heißt, beide spielen einzeln und haben sozusagen die gleiche Rolle im Team und es ist sehr, sehr schwer, dort einen durchzusetzen. Und das ist natürlich suboptimal für Dussard als auch für Santiago Azcaciba. Und deswegen würde ich eher sagen, Lücke Dussard, ja, ich würde ihn gerne im Bein verhalten, denn sein Eifer, seine Willenskraft, seine Mentalität passt zu uns. Aber grundsätzlich muss man sagen, Lücke Dussard, damit werden wir ein dickes, fettes Minusgeschäft machen und vielleicht, davon gehen einige Hertha-Fans aus, sollte man ihn im Sommer für eine wenigstens geringe zweistellige Missionssumme oder vielleicht eine hohe, einstellige Missionssumme verkaufen, damit wir nicht noch mehr Minus machen, als wir es ohnehin schon tun. Die zwei Deals, Dully, Lücke Bacchi und Lücke Dussard, waren für Hertha-BSC-Verhältnisse die schlechtesten, da sie einfach zu teuer waren. So viel zu diesen beiden Transfers. Noch ein paar zusätzliche News. Schwolu, Pekarik und Martin Dardy sind zurück im Mannschaftstraining und werden dann höchstwahrscheinlich auch gegen Union Berlin einsatzbereit sein. Die Hertha-BSC U19-Mannschaft spielt im DFB-Pokal der Junioren gegen Bayern München im Viertelfinale. Und darüber hinaus gibt es jetzt noch zusätzliche Informationen. Hertha-BSC gegen den FC Augsburg am 27.11. das Heimspiel. Hertha-BSC beantragt eine Vollauslastung des Stadions jetzt aufgrund der veränderten Regeln in Bezug auf 2G. Jeder soll sich da bitte eine eigene Meinung machen. Bitte mich jetzt hier nicht ankacken oder so. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Derek Boyata hat sich beim Länderspiel Wales gegen Belgien ganz schön verletzt. Hat trotz einer schweren Kopfverletzung weitergespielt und das Spiel durchgespielt. Das fand ich nicht so gut. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Das Derby Union gegen Hertha wird ohne Zuschauerbeschränkungen stattfinden. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Zwölf Hertha-BSC-Spieler haben es in die Länderspiele der DFB-Junioren geschafft in den U-Mannschaften jeweils verteilt. Und ja, das heißt, dass Hertha-BSC mit einer der stärksten Ausbildungsvereine der Liga ist. Momentan sind zwölf Junioren-Spieler von Hertha-BSC in den Mannschaften verteilt. Nur so viele wie gegen Dortmund. Und dann kommt erst Freiburg. Und das zeigt, dass wir eine glorreiche Jugend vor uns haben werden. So, ich würde sagen, das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ganz gerne ein Like da. Am Samstag um 18 Uhr werde ich wie gewohnt live gegen das Spiel kommentieren. Wir werden es live analysieren in Form eines Watchalongs. Und ich würde sagen, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und tschüss.